Jo, was geht ab? Hier ist euer Hochner Mauer und ich begrüße jeden Einzelnen von euch und hoffe euch geht es gut. Ich bin im Moment auf der Erde und ich habe wieder mal ein geiles Giestereck für euch. Und jetzt gehen wir mal hier hin und ihr könnt schon erkennen, das war früher die Spawnhöhle, wo man auch die Entkrammel herholen konnte, die blauen. Und jetzt gehen wir mal da hin, das wurde ja gepatcht und seit dem Dienstag, wo der neue Patch da war, gab es hier ein kleines Easter Egg gemacht von mehreren Personen von Destiny. Viereck gedrückt halten, Totenruhe stören, mal gucken, was hat sie uns zu akt? Wie ihr gehört habt, eine Million Tote, okay, total interessant, aber eine Million, ich glaube, ich mit Shine zusammen und mit Mark haben wir schon über eine Million alleine schon gekillt hier in der Höhle. Also bestimmt mehrere Millionen, deswegen eine Million ist schon eine kleine Minizahl, weil jedes Mal, wenn man hingegangen ist, sind so viele blaue Leute wie hier so ein Klaus hingekommen und hat diese Spawnhöhle besucht. Gut, ich werde das nochmal zeigen. Eine Million Tote sind nicht genug für Meisterer. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, beziehungsweise das hier mit dem Toten und bis zum nächsten Mal, euer Hochnammer Wanderer und viel Spaß mit dem Anhören von diesem Easter Egg. Bis zum nächsten Mal. Eine Million Tote sind nicht genug für Meister Raoul. Eine Million Tote sind nicht genug für Meisterer.